Hallo, liebe Deutschlernende! Heute gewittert es. Heute kann ich leider nicht rausgehen. Hört ihr, wie es donnert? Es donnert. Vorhin hat es auch geblitzt. Vorhin hat es geblitzt. Jetzt gerade war ein Blitz. Ja, es regnet in Strömen. Es regnet sehr, sehr viel und es donnert, es blitzt und es ist echt ein sehr interessantes Spektakel, ein sehr interessantes Ereignis. Und ja, ich finde es irgendwie sehr cool. Ich finde es sehr cool, wie extrem das Wetter ist. Ja, ich finde es sehr cool, wie viel, wie gewaltig das Wetter gerade ist. Es ist wirklich total eine Regenwand. Ja, es ist echt beeindruckend. Also man sieht, man sieht noch nicht mal, es ist schon fast so viel Wasser, dass es fast so ist wie Nebel. Ja, man kann gar nicht so weit sehen, weil es so stark regnet. Ja, der arme Mann wurde vom Regen überrascht. Er wurde vom Regen überrascht und er ist klitschnass gewesen. Ja, der Mann, der hier gerade gerannt ist, ist klitschnass gewesen und musste schnell nach Hause rennen, um ins Trockene zu gelangen. Ja, also es ist echt, es ist echt beeindruckend. Es ist echt, wow, was für ein Wetter. Echt mal, was für ein Wetter. Ich finde, ich bin gerade total aufgeregt. Es ist echt cool. Wow, wow. Und ja, es ist donnert und es blitzt und vielleicht können wir beim nächsten Blitz mal schauen, wie weit das Gewitter entfernt ist. Und es gibt diese Regel. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, für drei Sekunden ist, also der Schall braucht drei Sekunden, um einen Kilometer zurückzulegen. Das heißt, man sieht den Blitz. Und wenn man den Blitz gesehen hat, dann zählt man und dann hört man den Donner. Und je nachdem, wie viel Zeit zwischen Blitz und Donner liegt, weiß man, wie weit das Gewitter entfernt ist. Ich glaube, ich mache mal zu. Wenn ich zu mache, dann könnt ihr mich vielleicht besser verstehen, weil ich habe ehrlich gesagt, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich muss total laut schreien, damit ihr mich total über, äh, damit ihr mich auch verstehen könnt. Ja, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser, denn, ähm, der Pegel des Mikrofons, ähm, also es war schon ganz laut, nur durch das Gewitter. Ähm, insofern hoffe ich, dass ihr mich jetzt besser verstehen könnt. Also das Prinzip, was ich erklärt habe, war folgendes, dass der, ähm, dass die Lichtgeschwindigkeit ist der, ähm, 300.000 Meter pro Sekunde, glaube ich, beziehungsweise die, die Zeit, die das Licht braucht, ist vernachlässigbar. Ja, ja, das Licht ist so schnell, dass man, ähm, dass, sozusagen, wenn es blitzt, dass man das eigentlich fast sofort, äh, sieht. Aber der Donner, der braucht eine Weile, weil der Schall sich viel langsamer fortbewegt, ja, der Schall ist viel langsamer als das Licht, ja. Und deswegen, wenn es, wenn es blitzt, dann ist Blitz und Donner gleichzeitig, aber man, wenn man mehrere Kilometer entfernt ist, dann sieht man erst den Blitz und dann erst nach ein paar Sekunden hört man den Donner, ja. Und deswegen kann man ausrechnen, wie weit das Gewitter entfernt ist, wie weit der Blitz entfernt ist, indem man einfach, äh, nachdem man den Blitz sieht, ja, man sieht den Blitz und dann zählt man eins, zwei, drei. Und wenn man dann den Donner hört, dann ist es ein Kilometer. Und wenn man sechs Sekunden gezählt hat, dann sind es zwei Kilometer und so weiter. Ähm, zumindest glaube ich, dass das so stimmt. Also das ist die Faustregel, die ich in Erinnerung habe, vielleicht, ähm, könnt ihr mich da auch korrigieren, vielleicht, äh, ist die Regel anders. Aber jetzt ein Blitz und jetzt warten. Ich habe, ich habe nicht, nicht mitgezählt, aber ihr könnt ja im Video mitzählen. Ja, jetzt ist, jetzt ist Donner ein bisschen. Ja, also es könnte sein, dass dieser Donner, der jetzt gerade war, äh, zu dem Blitz passt. Also der, es blitzt, äh, nicht ganz in der Nähe, ähm, aber es, äh, ist schon ein echt, äh, ein echt krasses Gewitter, wie man umgangssprachlich sagt. Es ist sehr krass. Also es ist sehr beeindruckend. Ja, wieder ein Blitz. Wieder ein Blitz. Wow. Wow. Also ich hoffe, ich hoffe, das war auch beeindruckend für euch, das war toll für euch. Ähm, ich werde jetzt noch einmal das Fenster aufmachen und dann könnt ihr noch mal ein bisschen das Gewitter beobachten und, äh, dann sage ich schon mal Tschüss und bis morgen. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.